So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich wusste nicht, soll ich heute ein neues Gewinnspiel machen, weil Dienstag ist oder kümmern wir uns um den Bidiza-Tag? Wir werden einfach beides machen und zwar jetzt 10 Uhr so das Infovideo zum Bidiza-Tag, was ihr ja eh alle gestern schon gehört habt und seit gestern alles rumkursiert und die Leute darüber berichten und eskalieren und so 15 Uhr wird dann trotzdem das Gewinnspiel kommen, 18 Uhr dann streamen, dann ist der Tag heute wieder ausgefüllt bis zum Gehtnichtmehr. Momentan läuft ja sowieso noch das Bidiza-Event, ja. Viele Leute sind davon begeistert, viele Leute sind nicht begeistert, wie ihr das Ganze findet, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wir sind auch momentan angelangt bei den vierfachen Erfahrungspunkten fürs Fangen von Pokémon, was natürlich sehr krass ist, da es das vorher noch nie gab, mit Glücksei also achtfach. Das hält heute den ganzen Dienstag, das ist nämlich seit 0 Uhr aktiv, hält heute den ganzen Dienstag und hält morgen den ganzen Mittwoch und dann ist Donnerstag und bis Donnerstag 10 Uhr ist der Rigi Gigas in den Raids und jetzt wurde es knifflig, denn die Leute sind die ganze Zeit schon gespannt gewesen, was der neue legendäre 5er Raid Boss sein wird, der in die 5er legendären Raids kommt und Boss ist und es ist Bidiza, aber halt nur am Donnerstag, ja. Ja, nur am Donnerstag, das heißt, theoretisch ist Freitag ja dann schon wieder was anderes da, ja. Freitag, also alles geht von vorne los, keine Ahnung, beziehungsweise eigentlich müsste es ja sogar Donnerstagabend dann schon irgendwie einen Wechsel geben oder gibt es dann gar keine Raids mehr Ende des Tages, das ist ein bisschen komisch, Niantic macht halt immer was sie wollen, aber muss auch mal sein, alles was es mit dem Bidiza-Event zu tun hat, wisst ihr ja, die vierfachen EP sind noch da, alles, aber jetzt alles zum Bidiza-Tag, was wir nämlich seit gestern wissen, Donnerstag, 1. Juli, 10 Uhr bis 20 Uhr Ortszeit. Dieser eine Tag, markiert euch den in den Kalender, das wird der heftigste Tag, den es jeden Pokémon Go gegeben hat, oder eben auch nicht. In der Wildnis werden noch mehr Bidiza als momentan auftauchen, die sitzen jetzt schon an jeder Ecke und dann sitzen die an jeder halben Ecke, nee, das ergibt keinen Sinn, dann sitzen die doppelt an jeder Ecke, sozusagen. So, Bidiza an jeder Ecke, überall, ihr werdet überflutet, in der Wildnis, in Raids, was ich auch besonders lustig finde, in Raids erscheinen währenddessen nur Bidiza, egal ob Stufe 1, 3 oder 5. Jeder Einer-Raid, der aufgeht, ist Bidiza. Jeder Dreier-Raid, jeder Fünfer-Raid ist Bidiza. Mega-Rades wird es nicht geben, sie hätten ja trotzdem, wenn aus einem Fünfer-Ei ein Bidiza schlüpft, warum schlüpft er nicht einfach aus einem Mega-Ei auch Bidiza? Aber die haben sie komplett abgestellt, es wird also nur diese rosanen, diese gelben und diese, was auch immer das für eine Farbe sein soll, lila-blau-metallic, ne, was die Fünfer-Eier dann immer haben, es wird nur Bidiza-Rades geben, aber trotzdem jetzt, was mir gerade auffällt, die Frage natürlich, also bis 10 Uhr ist Regigigas in den Raids, ab 10 Uhr, was danach aufgeht, äh, also was ab 11 Uhr aufgeht, wird dann Bidiza sein, aber was ist mit den Sachen ab 20 Uhr? Wenn jetzt 21 Uhr ein Raid aufgeht, dürfte das dann kein Bidiza mehr sein. Regigigas kann das auch nicht sein, der ist ja offiziell weg. Gibt es dann keine Raids mehr? Erst am nächsten Tag? Oder kommt jetzt bald eine Meldung, dass am Donnerstag um 20 Uhr neuer Raid-Boss erscheint, der um 21 Uhr schlüpft? Der Adi greift schon wieder die Toilette an, ich hör's doch. Ich weiß, was, irgendwie ist irgendwas falsch bei dem. Der geht immer zum Spülkasten und springt immer dagegen und tritt dagegen und haut dagegen, wie ein Verrückter. Zwischen 10 und 20 Uhr erhält man die vierfache Menge an Fang-EP, dasselbe, was ihr also heute am Dienstag habt, was ihr am Mittwoch habt, habt ihr dann am Donnerstag in diesem Zeitraum eben auch nochmal, das heißt, ihr habt theoretisch drei Tage vierfache Fang-EP, oder achtfache, je nachdem, wenn ihr Glücksein nehmt. Und alle Bidiza, die während des Event-Zeitraums gefangen werden, beherrschen die Lade-Attacke Kraftkoloss. Deswegen auch die verschiedenen Attacken, obwohl deswegen nicht, der Punkt kommt ja eigentlich unten, aber Bidiza-Cup mit nur Bidiza, jetzt könnt ihr also verschiedene Bidiza da reinpacken und da sind die Attacken sicherlich wichtig, wenn das eine Kraftkoloss hat, das andere hat Spukball, das nächste hat, was weiß ich wie, Donnerblitz, Eisstrahl, Alter, die Toilette, lass die Toilette in Ruhe. Adi! Ja, jetzt guckt er um die Ecke mit seinen Hasenohren. Ähm, Kraftkoloss, ja, wenn alle nur mit Bidiza kämpfen, da würde jetzt nicht so viel passieren, aber wenn ihr dann ne Attacke habt, die reinknallt beim Gegner, und der Gegner hat ne Attacke, die bei euch nicht reinknallt, wird das auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied machen. In dem Eventzeitraum bekommt ihr dann also Kraftkoloss, zudem kann Bidiza Eisstrahl, Spukball, Donnerblitz mit ner normalen Lade-TM erlernen, das sind ja die Sachen, die es die drei Phasen vorher dann schon hatte. Nach dem Event wird man das nur noch mit ner Top-Lade-TM bekommen, warum auch immer man sich das dann noch holen sollte. Na gut, man weiß ja nie, er ist halt Bidiza, ist halt auch für Sammler, wenn man sagt, ich hab einen Bidiza mit Spukball und alle geil, will ich auch haben. Dann Team-Go-Rocket-Rüpel setzen in der Zeit Bidiza ein, Krypto-Bidiza, gab es jetzt schon Krypto-Bidiza eigentlich? Ich dachte, ja, habt ihr schon eins bekommen? Habt ihr schon eins gesehen? Ich hab jetzt nicht so drauf geachtet. Ich hab, statt Rüpel zu machen, eher wilde Bidiza gefangen, auf shiny-Suche, weil die ja vor den Rüpeln nicht shiny sein können. Nicht Krypto-Shiny, sondern nur die normalen. Zusätzlich zu den anderen aktuellen Cups findet am Bidiza-Tage in der Go-Kampf-Liga der Bidiza Cup statt, bei dem nur Bidiza eingesetzt werden können. Also braucht ihr drei Bidiza, am besten mit drei unterschiedlichen Moves, damit ihr voll alles abrasieren könnt oder dreimal Spukball. Na, man weiß nicht. Eigentlich, Bidiza ist doch vom Typ normal, oder? Normal und Wasser. Ja, das heißt, Kraftkoloss wäre richtig krass. Äh, Donner, Blitz wäre auch krass. Ansonsten, weiß ich nicht. Eisstrahl lädt vielleicht schneller auf als Kraftkoloss. Ist GBL-Zeugs alles, bin ich überfragt. Geht mir weg damit, da hab ich eh keine Ahnung. Aber was noch das Interessanteste ist, meiner Meinung nach, eine Event-Spezialforschung, auch am Donnerstag, in dem Zeitraum von 10 bis 20 Uhr, bei der man Entscheidungen treffen kann, das gab's ja bisher noch gar nicht, äh, die sich auf den weiteren Verlauf auswirken. Wie genau das ablaufen wird, ist noch nicht bekannt. Für den Abschluss erhält man einen exklusiven Bidiza-Hut. Und den Bidiza-Hut, den haben wir schon mal gesehen, im Data-Mine. Alle haben gesagt, hä, wo gibt's denn den? Ich seh den noch nicht im Shop. Jetzt wisst ihr auch warum. Den könnt ihr nicht kaufen. Den kriegt ihr aus der Spezialforschung, wenn ihr die abschließt am Bidiza-Tag. Äh, bin ich mal gespannt, wie viele Seiten das hat, oder was man da alles machen muss. Wäre vielleicht wieder ein Video wert, draußen vor Ort rumrennen, die Aufgaben lösen und gucken, Bidiza-Hut, die Pokémon-Belohnungen, was, wie, wo. Wäre eine feine Sache. Da könnte ich am Donnerstag theoretisch einen Community-Raid mit Bidiza machen, aus dem Fünfer, weil ihr wisst, immer beim Raid-Boss-Wechsel gibt's ja einen Community-Raid. Und wenn dann eben Bidiza aus dem Fünfer schlüpft, dann müssen wir natürlich aus dem Fünfer einen Bidiza raiden. Mal gucken, ob da jemand mitmacht und sich da jemand vereinträgt. Äh, ist halt nur ein Bidiza, aber trotzdem können wir gemeinsam einen Raid machen. Und ihr seid im Video mit dabei. Äh, und vielleicht mache ich dann die Spezialforschung noch an dem Tag, die ich dann für Freitag hochlade. Aber eigentlich müsste Freitag ja dann eigentlich schon der neue Raid-Boss da sein, der nach Bidiza und nach Regigigas kommt. Also bräuchte man für Freitag eigentlich auch einen Community-Raid. Also haue ich die Forschung dann am Samstag raus? Oder ich filme sie doch nicht. Das ist so viel. Du müsstest schon wieder 10 Videos an einem Tag machen. Und wer macht das schon? Eigentlich keiner. Und der Ramses macht immer zu viel. Und dann wissen die Leute immer gar nicht, was sie gucken sollen. Egal. Das ist der Bidiza-Tag am Donnerstag. Vielleicht machen wir abends Bidiza-Rades für Zuschauer, weil es gibt ja nur Bidiza-Rades an dem Tag. Denn Donnerstag ist der Tag, wo wir eigentlich Rades für Zuschauer machen in der Woche. Eine kleine Folge. Aber es erübrigt sich natürlich die Frage, was wir anbieten im 1er, 3er und 5er, wenn es überall nur Bidiza gibt. Ich glaube, um Bidiza zu würdigen, machen wir das einfach. Kommt halt rein in den Stream dann. Macht mit. Lasst euch einladen für Bidiza. Mal gucken, wer so krass drauf ist und das wirklich macht. Wenn jetzt nur zwei Leute in der ganzen Stunde einen Raid machen, ist mir das auch wurscht. Die restliche Zeit sitzen wir halt da und chillen und labern ein bisschen und haben eine gute Zeit oder so. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses und euer Bidiza. Ja, genau. So muss es sein.